Willkommen im Sakimori Research Lab of Universal Spirit. Vielen Dank wie immer für Ihren Besuch. Wir freuen uns auch dieses Mal auf Ihre weitere Unterstützung. In der vorherigen 19. Episode haben wir verstanden, dass die Prophezeiung Fürsprecher Paraklet Gott, Zusammenleben mit Christus, im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, ein Kollektiv von zwölf Bothis-Advars ist. Und sowohl Ones Aburo de Gucci als auch Steiner haben bestätigt, dass sie die Eigenschaften des Parakleten des Bothis-Advars-Kollektivs erfüllen. Dieses Mal möchten wir die spirituelle Anerkennung von Armageddon in Offenbarung, Kapitel 16, aus George Wale Owens' Spirit-World-Kommunikation live by Onzeville und Ones Aburo de Gucci's Tales of the Spiritual World überprüfen. In der Offenbarung des Johannes wird das Wort Armageddon nur an der folgenden Stelle erwähnt. Als der Sechste seine Schale über den großen Fluss, den Euphrat, neigte, trocknete das Wasser des Flusses aus, um den Königen aus der Richtung des Sonnenaufgangs den Weg zu bereiten. Ich sah auch drei unreine Geister wie Frösche aus dem Mund des Drachen, dem Mund des Tieres und dem Mund des falschen Propheten kommen. Dies sind die Geister von Dämonen, die Zeichen vollbringen und ausziehen, um die Könige der ganzen Welt für den Kampf am großen Tag Gottes, des Allmächtigen, zu versammeln. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig sind diejenigen, die aufwachen und versuchen, mich mit Kleidung zu beschützen, damit sie sich nicht schämen, wenn sie mich nackt gehen sehen. Die drei Geister versammelten die Könige an einem Ort, der auf hebräisch Armageddon genannt wird. In George Wale Owens Geistweltkommunikation wird Armageddon in dieser Offenbarung wie folgt beschrieben. Endlich sind wir in die Atmosphäre eingetreten, die die drei Schichten der Erdkugel umhöht. Bis dahin hatten wir Teilnehmer aus allen Welten rekrutiert und sie einen nach dem anderen als Streitkräfte Christi ergänzt. Aber wir haben es gestoppt, als wir hier ankamen. Denn diese drei direkt mit der Erde verbundenen Schichten werden vorerst als eine Grenze behandelt. Dies liegt daran, dass es in den dichten Nebel dumpfer böser Gedanken eingehüllt ist, die von der Erde ausgehen, und wir es um uns herum spüren können. Das große Armageddon der große Kampf zwischen Gut und Böse 16 Uhr und 16 Minuten, das in der Offenbarung erwähnt wird, ist tatsächlich dies. Unser Schlachtfeld erstreckte sich über diese drei Schichten. Und hier wurden wir endlich vom Feind angegriffen. Als wir in die dreischichtige Region rund um die Erde kamen, lernten wir zunächst, dass unsere Aufgabe nicht darin bestand, böse Gedanken wegzufegen, sondern sie in gute Gedanken umzuwandeln. Daher versteht man in der Kommunikation mit der geistigen Welt, dass die Schlacht von Hamageddon in der Offenbarung die Fortsetzung des zweiten Kommens Christi darstellt. Konzentrieren wir uns als nächstes auf den Punkt in der Offenbarung, wo es heißt. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig sind diejenigen, die aufwachen und versuchen, mich mit Kleidung zu beschützen, damit sie sich nicht schämen, wenn sie mich nackt gehen sehen. Wie in der 18. Episode erwähnt, sprach ein Geist namens Arnel, der in der 10. Dimension als menschlicher Geist arbeitet, in der Geisterweltkommunikation, die die Ankunft Christi ankündigte, wie folgt über Christus, der in diese Schicht herabsteigt. Sein Körper schien auf seiner nackten Haut zu glänzen, aber das bedeutet nicht, dass er nichts trug. Es scheint widersprüchlich, aber was ich sagen möchte ist, dass das Licht, das von seinem ganzen Körper ausgeht, jeden Winkel der Region erreicht und alles in seinen Glanz höht. Dann spiegelt sich ein Teil davon auf dem Schirm der Ehrfurcht wieder, den wir hegen, und er kehrt als eine Erwiderung der Liebe zu Christus zurück und umhüllt seinen Körper wie eine goldene Rüstung. Der Austausch zwischen uns war sowohl für uns als auch für Christus äußerst angenehm. Christus öffnet großzügig die Tür zum inneren Heiligtum seiner ursprünglichen Schönheit. Dort legen wir das einzige Kleidungsstück ab, das für die Zeremonie geeignet ist ehrfürchtige Liebe, und legen es, indem wir unsere Köpfe neigen, dem Körper Christi an. Und mit einer sanften und ehrfürchtigen Liebe voller spiritueller Subtilität brachten wir unser absolutes Vertrauen in Christus zum Ausdruck. Aber da wir die Herrlichkeit Christi bereits zuvor gesehen hatten, wussten wir, dass die ursprüngliche Macht Christi noch bescheiden gezügelt und immer bereit war, freigesetzt zu werden. Christus musste in nichts gekleidet sein, aber er war in ein goldenes Kettenhemd gekleidet, ein Geschenk der Ehrfurcht der Armeen unter unserem Kommando. Schließlich ist die Gabe nichts anderes als das, was wir von Christus erhalten haben, denn alles gehört Christus. Auf diese Weise steigt Christus in einem Zustand der Nacktheit herab und trägt überhaupt nichts, aber es wird gesagt, dass die ehrfürchtige Liebe der Schar der Engel zu Christus zu Christi spiritueller Kleidung wird. Und die Szene ist genau so, wie sie in der vorherigen Offenbarung beschrieben wurde. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig sind diejenigen, die aufwachen und versuchen, mich mit Kleidung zu beschützen, damit sie sich nicht schämen, wenn sie mich nackt gehen sehen. Andererseits sagte Ones Aburo Deguchi über den Ortsnamen Armageddon, dass Haru in der Schlacht von Armageddon bezieht sich auf Japan. Und in seinem Buch Tales of the Spiritual World wird Armageddon als Gespräch zwischen zwei Charakteren besprochen. Das Diktat dieser Geschichten aus der spirituellen Welt wurde übrigens 1923, nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, verfasst. Darüber hinaus werden viele der Figuren und Ortsnamen in den Geschichten aus der Geisterwelt mit fiktiven Namen erzählt, die von irdischen Bildern inspiriert sind. Die Bedeutungen, die sich aus dem Inhalt davor und danach ablesen lassen, sind jedoch in Klammern angegeben. Text zeigt die Bemerkungen von Herrn Bravasa von der Roth-Harbor-Religion in Japan an. Text zeigt die Bemerkungen von Herrn Bahau von der Bahai-Religion an, der aus dem Land Tokoyo stammte. Kann man nach dem Ersten Weltkrieg, wo auch immer man auf der Welt hinschaut, nicht ein Symbol des Friedens sehen? Überall brechen kleine Kriege aus und es scheint, dass die tragische Situation hungernder Bestien und Asuras ohne Bedauern aufgedeckt wird. Ist der Krieg von Armageddon nicht ein Hinweis auf den vorherigen Krieg? Wenn der Krieg von Armageddon vorbei ist, gibt es eine biblische Lehre, dass das Ende der Welt nahe ist, und ich fühle mich etwas unwohl. Wenn es heiß ist, weht ein kalter Wind und die Pflanzen wachsen nicht wie erwartet. Darüber hinaus brechen überall Vulkane aus und wir werden von Erdbeben und Überschwemmungen, Raubüberfällen und Morden sowie zahlreichen Oppositionsbewegungen heimgesucht. Der Mensch kann diese Situation überhaupt nicht verbessern. In einer solchen Situation gibt es keinen anderen Weg, als auf die Ankunft des Erlösers zu warten. Ich bin überzeugt, dass der Erretter mit Sicherheit herabsteigen und die Welt friedlich regieren wird. Allerdings muss bis dahin noch ein großer Pass überquert werden. Ich denke, der Krieg von Armageddon wird in der Zukunft ausbrechen. Derzeit gibt es zwei Großmächte auf der Welt, und sie starren sich gegenseitig böse an, sodass es unmöglich ist, sich so zu beruhigen, wie es ist. Die Seelenreorganisation und der Wiederaufbau der Welt werden erst beginnen, wenn die Kraft der modernen Menschheit erschöpft ist, die Arroganz zerschlagen ist und kein Platz mehr für Hände ist. Es wird gesagt, dass Gottes Programmierung darin besteht, dass der Erlöser herabsteigt, wenn wir zu 99,9% in die Enge getrieben werden und in eine Situation geraten, in der es 1000 zu 1 ist. Ich verstehe, ich stimme zu. Und was meinst du mit deinen beiden Großmächten? Dieser Teil der Beschreibung der beiden Hauptkräfte durch Herrn Bravasa wird hier ausgelassen. Mit anderen Worten, die eine Seite ist das Land der aufgehenden Sonne und die andere ist das Land Tokoyo. Es scheint auf die aktuelle Situation hinzuweisen, in der sich diese beiden Länder in der Welt gegenüberstehen. In Sprichwörtern heißt es, dass es für zwei Helden schwierig ist, zusammens o Leben, es zu einem Machtkampf kommt und einer von ihnen fällt. Denn wenn es nicht auf einer Seite geeint ist, wird es nicht geklärt werden. Das stimmt. Genau wie beim Sumo stehen jetzt die großen Champions des Ostens und des Westens auf dem größten Sumoring der Welt, spannen ihre Ländenschurze, strecken ihre Arme, lassen ihr Fleisch hüpfen und bereiten sich darauf vor, einander gegenüber zu treten. In dieser Situation muss eine Seite entweder kapitulieren oder den Kampf aufgeben, sonst wird es unweigerlich bald zu einem tödlichen Kampf kommen. Armageddon, also der letzte große Krieg der Welt, ist unausweichlich. Deshalb beschloss der große Gott, Johannes und den Geist Christi in diese Welt herabzusteigen, um die zukünftige Erde zu einer wunderschönen himmlischen Welt zu machen, in der die Menschen in Frieden leben können. Und das Evangelium des Himmels wird allen Menschen verbreitet. Allerdings versteht kein einziger Mensch auf der Erde, der sich vollständig an die dunkle Welt gewöhnt hat, die Gefühle dieses großen Gottes. Daher sind nur wenige treue Diener Gottes Gott aufrichtig ergeben und warten nur auf Gott. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Welt in einem miserablen Zustand ist. Sie können sich vorstellen, dass das große Werk Gottes, die 3000 Welten voller Böses zu reorganisieren und wieder aufzubauen, tatsächlich groß angelegt ist. So wurde in Tales of the Spiritual World im Gespräch der Charaktere prophezeit, dass bei der Ankunft des Erlösers die letzte Schlacht von Armageddon in der Welt zwischen dem Land der aufgehenden Sonne und dem Land stattfinden wird Tokoyo. Auch in der göttlichen Botschaft von Omoto, geschrieben von Naudiguchi, wird über böse Geister im Weltkrieg geschrieben. Leichte und reine Geister stiegen in den Himmel auf, und schwerer wurden zur Erde. Zu Beginn der Erschaffung von Himmel und Erde tauchten die bösen Geister der achtköpfigen und achtschwänzigen Schlange und der böse Fuchsgeist mit goldenem Fell auf und bildeten eine Masse. Diese Masse ist die wahre Form der bösen Geister, die sich Gott widersetzen. Diese Masse des Bösen erschien zwischen Himmel und Erde, gewann allmählich an Dynamik und plante, diese irdische Welt frei zu manipulieren und in eine Dämonenwelt zu verwandeln, wodurch Russland zu seiner Hochburg wurde. Und es gelangte sogar nach Indien, China und Japan, die buddhistische Länder sind, und die bösen Geister manipulierten frei die Schutzgottheiten der Menschen dieser Länder und verwandelten alle Geister in einen Zustand hungriger Tiere. Darüber hinaus handelt es sich um eine Verschwörung zur freien Manipulation des japanischen Götterkönigs leere Buchstaben. Die wahre Natur dieses Übels wird jedoch durch 0,1% der Programm Gottes im Omoto der 3000 Welten, der göttlichen Welt auf Erden Omoto in Ayabe, enthüllt. Es wird angenommen, dass die bösen Geister, von denen in der göttlichen Botschaft von Omoto die Rede ist, auf die drei unreinen Geister und Geister von Dämonen, die Zeichen vollbringen, in der vorherigen Offenbarung hinweisen. Und die Seelenreorganisation und der Wiederaufbau der 3000 Welten sollten nicht auf Kriege auf der Erde beschränkt sein. Mit anderen Worten, es ist auch ein Kampf zwischen der großen Armee von Engeln, die sich um Christus dreht, und den bösen Geistern, die sich in der ätherischen Welt ausbreiten. Und Ushitora no Konyin, der nationale Vorfahre Kunito Kotahi no Mikoto, der 3000 Jahre Gottesprogrammierung begründete, behauptete, dass die wahre Natur dieses grassierenden Übels durch 0,1% der Programm Gottes enthüllt würde. Diese bösen Geister waren jedoch nicht nur die russischen oder amerikanischen Armeen, sie beeinflussten auch die japanische Armee. Mit anderen Worten, in Japan wurde die japanische Regierung, die Omoto unterdrückte, von einem bösen Geist kontrolliert, und darüber hinaus wurden in der Welt das alliierte Oberkommando, das Japan besetzte, und die russische Armee, die die Nordgebiete besetzte, von diesem bösen Geist kontrolliert. Daher leisteten sie mit aller Macht Widerstand gegen den großen Gott, um Gottes Programm zu verhindern. Infolgedessen unterdrückte die japanische Regierung Omoto und trieb Japan im Pazifikkrieg in die Niederlage. Außerdem müssen die bösen Geister von ihrem Sieg überzeugt gewesen sein. Allerdings hatte Ushitora no Konyin all diese Verschwörungen vorhergesehen. Deshalb ließ er zu, dass die bösen Geister, die die japanische Regierung kontrollierten, Omoto unterdrückten, und erfüllten durch die Hände der bösen Geister die Prophezeiung der Vorahnung des Kommens, Christi. Darüber hinaus erlaubte Ushitora no Konyin den bösen Geistern, die das alliierte Oberkommando kontrollieren, Japan zu besetzen und damit den bösen Geistern die Erfüllung der Prophezeiung vom Kommen Christi zu ermöglichen. Infolgedessen entlarvten sich die bösen Geister der Schlange und des Fuchses als Teufel, die sich Christus widersetzten. Gleichzeitig erfüllten die bösen Geister durch ihren Widerstand gegen Gott die Prophezeiung Christi im Neuen Testament durch ihre eigene Verschwörung vollständig. Mit anderen Worten, die japanische Regierung, die Omoto unterdrückte, und das Alliierten, das Japan besetzte, wurden von bösen Geistern manipuliert und dazu gebracht, die Rolle des Bösen zu spielen, um Gott durch Ushitora no Konyin in die Welt zu bringen. Auf diese Weise wurden die bösen Geister durch Ushitora no Konyins 0,1% der Programm Gottes frei in den Händen des großen Gottes manipuliert. Kurz gesagt, die Verschwörung der bösen Geister, die zu 99,9% erfolgreich war, wurde durch das 0,1%ige göttliche Programm zur Verwirklichung der Welt Gottes vollständig vereitelt. Auf diese Weise erfüllte Gott, nachdem Japan besiegt und besetzt war, das zweite Kommen Christi und besiegte die bösen Geister in der spirituellen Welt. Zusammenfassend haben wir in Episode 20 verstanden, dass in der Kommunikation mit der geistigen Welt Amageddon, aufgezeichnet in Offenbarung Kapitel 16, im Prozess der Wiederkunft Christi stattfand. Darüber hinaus erklärte Ones Aburo Deguchi, dass Haru in Amageddon, Japan bedeutet, und in Tales of the Spiritual World haben wir die Tatsache untersucht, dass dieser spirituelle Kampf als der Krieg zwischen Japan und Amerika im Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Das nächste Mal möchten wir durch den Vergleich der Omoto-Gottesbotschaft von Ushitora no Konin gleich Kunito Kotahi no Mikoto und Steiners Vorträgen den spirituellen Hintergrund des Krieges im 20. Jahrhundert und das Schicksal der japanischen Seele zu dieser Zeit untersuchen. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende zugeschaut haben. Wir freuen uns über Ihre anhaltende Unterstützung.